ja zwei kannickel auf ihm wollte auch vom pferde rücken mit mir ja wurde gerade vermittelt dass man das nur mit fernkampfwaffen machen kann und da bin ich leider raus könnte nur jetzt ja du kannst du kannst du mit dem speer hätte nur eine bohr an sich und oder ein schlag kriegen jetzt gibt nichts ja dann mixe ja ganzheit pirschjagd versuchen und dann versucht das kann ich dir zu erwürgen aber und hat schweren aber normal kann ich püsche das ist dann ansitzjagd inklusive war für eine ansitzjagd ist wenn du durch den wald schleichst in der hoffnung was zu finden was dann erschießt ansitzjagd ist wenn du dich in den wald setzt in der hoffnung dass das wobei kommt ja dann komm ich probiere püschjagd ich habe nichts mehr so dass das was überwaffe nimmst du keine ahnung fäuste nachkampfwaffe ist nicht drin was nehme ich was kann ich denn benutzen außer einer fernkampfwaffe naja wurfspöre ja gut das habe ich alle nicht alles was du ja alles was du essen möchtest ist in der lage schneller weg zu rennen als du hinterher laufen kannst du weißt ja dann mache ich nichts kräutern ihre verbreitung abel mir und der zwerg voltax wollen ja heute sammeln naja eigentlich die ernahrung als kräuter aber ja nahrung sammeln talent pflanzen kunde muss aktiviert sein sind schärfe und pflanzen kunde summiert und dann durch drei geteilt ich habe in beiden sechs und lärm wird sechs auf mutigen finger fändigkeit muss mal drei wie 20 für mich das will das leben sind schärfe plassen kunde 6 ja das ist die wert von zehn durchschnitt meter talent wie sagt so was in der gelände kunde werden minus drei geben habt ihr nicht je nach region wir haben hier ein zum sind plus vier magie einsatz habt ihr nicht wollte da irgendwas benutzen ja das war es auch schon mit einer sechser schwernis ihrer schwerne so mit einer firma stellen ist genau ich hätte vier vier sternchen übrig erster wert ist welcher gut intuition fingerfertigkeit ja dann habe ich es geschafft mit zwei über gut dann haben wir hier so was wie egelschreck das könnte natürlich benutzen um irgendwelche wunden zu heilen oder um parasiten abzuwehren carlock das verleiht euch dämmerungssichte zumindest wächst das an dieser küste auch beziehungsweise das heißt küste würde hier auch wachsen don für fieber senkende materialien raya dieb könnt ihr mitnehmen ihr werdet vielleicht sogar blutblatt finden was um dann die ein oder anderen sachen herum wächst und dann irgendwelche pilzchen irgendwelche zunderschwamm oder sowas damit könnte man quasi sogar feuer machen wenn ihr das dann irgendwie ein bisschen reibt man den welt an den waldrändern wird das auch wachsen also sind dann wahrscheinlich pilze die er dann die die er findet ja sehr lecker und da interessant dieser pilz der sieht aber gut merkwürdig aus was ist das wie gesagt vom es formentarius ein zunderschwamm ich kenne ihn bloß trocken interessant ja ja der wächst hier an dem baum ach so sieht der natürlich aus genau ganz hilfreich dieser film und das doch dieser dieser rote mit den weißen topfen den solltet ihr lieber nicht essen was was macht ihr naja also der würde euch auf lange sicht selber und ihren schäden zufügen man kann zwar die haut abziehen also die pilzhaut aber naja die könnte man theoretisch trocknen ja dann sammelt man den 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 zünder ein die mal heimlich hin und schnack so ein ziel ab so einen roten roten pilz mit weißen pünktchen steckt immer ein heimlich ja ich den zünderschwamm an mich gut ja es wird eine sehr sehr ekelhafte rast werden weiterhin wird es regnen ihr könnt dann versuchen die zeltplan so zu spannen dass ihr da wenigstens etwas trocken lagert aber an euch vorbei wird dann ja das wasser so ein bisschen fließen ihr könnt euch da dann versuchen so der trockene stelle dann zu suchen diese bisschen regen geschützt ist wenigstens der feuchte boden raphi wird an die verschiedenen stellen zeigen wo ihr dann nicht schlaft jeder kann dann eben auch an der richtigen stelle schlafen so dass ihr dann nicht mit eurer regeneration zusätzlich gehemmt werdet ihr prüft das noch mal so ein bisschen wolfsspuren habt ihr beim jagen nicht gefunden wie gesagt nur ein paar kaninchen die ihr dann bekommen habt und so kann dann jalan mit zwei toten kaninchen wieder zurückkommen und ja zusammen mit diesem zunderschwamm ihr versucht dann noch ein bisschen holz zu finden aber das wird nichts also das wird nicht weiter brennbar bleiben immer wenn ihr es versucht das ein bisschen reisig zu suchen oder das kann ich darauf zu braten das wird nichts montags beherrscht ihr zuglicht den elementaren zauber des manifesto manifesto ja wie wäre es wenn ihr euch um das feuer kümmert mit hilfe dieses kantos naja ist das jetzt wirklich notwendig nun ja es ist besser zumindest als im kalten zu schlafen ihr was dagegen wenn ich und der wer das blut trinken oder möchte noch jemand ihr wollt von toten kann ich hier das blut trinken ja was wollte sonst mit dem blut machen aber mir eine schöne soße nehmt sie einfach aber macht sie nicht kaputt als ob ihr noch nie blut getrunken hättet in der tat nicht nur in geringen dose in einer suppe tatsächlich natürlich man kann eine herrliche soße daraus basteln ich trinke mit dem bären das blut nun also ich kann den manifesto schon wirken dann schichten wir mal so ein feuer also lagerholz stapel hier auch mal und trete dann einen schritt zurück ich sage ja dann lasse ich mir zeit ich muss gerade mal gucken probenmodifikation für das entzünden pro fünf punkten holz vorrat habe ich kann kein richtiges holz gesucht ich lasse die probe mal auf holz bearbeitung bzw holz sammeln lasse ich mal sein das holz ist aber nass ist eine plus fünf und ja mit dem zeit lassen hat es trotzdem gepasst ungünstiger wind plus 1 es regnet und die bemühungen finden nicht unter einem dach oder geeignete stadt plus 1 bis plus 5 je nach region beziehungsweise je nach regenmenge also es wird nicht klappen okay also möchte ich noch jemand jetzt ein bisschen rohen hasen essen schneid jetzt wie ich vielleicht in dünne scheiben kann man es leicht essen aber mir jetzt stell dich nicht so an ich ich stehe ich den kopf abbeißen dann sieht es nicht mehr so schlimm aus dann sieht ihr aber schlimm aus das blut die ganzen oberkörper runter und der behaft komplette schnauze ist auch voll mit blut weiß nicht was ihr meint ich gehe doch mal spazieren macht ihr was auch immer ihr wollt das ist vielleicht nicht was auch immer ihr wollt ihr wollt ihr keinen hasen hier also wirklich raffin meine güte was ihr euch so anstellt roh ist gesund ja dann nimm mal so ein brett was wahrscheinlich hoffentlich noch nicht benutzt weil es noch sauber ist und schneide mal das fleisch hoffentlich mit einem dolch in möglichst dünne streife muss hier auf kochen hoffen oder sowas ja wenn du jetzt ein carpaccio machen will okay also du hast keine kräuter oder sowas aber die dünne hat es zu bessern alternativ natürlich fleisch aber mir jetzt er säbelt das ding ja macht es doch besser reiche mir durch ja gerne ja meine güte kann doch nicht so schwierig sein möchte ich sagen irgendwas besonderes machen aber mir du musst es von der seite nach und nach und du merkst darauf hin schneide dein stück ist ein stück schneide dein stück ist ein stück schneide dein stück gib es dem bär als hättet ihr noch nie irgendeinen irgendeinen fisch ausgenommen dafür sind die tannenzweige suchen was hast du denn damit vor ich muss doch noch meinen dämon meinen agribal austreiben und tannenzweige die angekokelt werden sind ein antidonarium für ein agribal kann auch kann auch wenn ich mich nicht täusche nein du treust dich aber amazerot dann hoffen wir dass es kein amazerot dämon ist intaktes spiegel ah nein 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 ich habe ja auch noch pfeilblütentee das gilt nämlich auch als antidonarium ja sehr schön also tannenzweige wirst du hier finden der wald ist gemischt und du streifst ein bisschen durch den sumpf versorst dir dann deine magierrube aber das ist jetzt nichts wo ich dich irgendwie würfeln lassen muss cool ja dann sammle ich ein paar tannenzweige ein heute werde ich das nicht mehr machen weil zu nass und alles feuer läuft nicht aber dann habe ich schon mal welche raffin lasst doch was für uns übrig ja und sollt ihr das herz also ist das nein das ist definitiv ein nein gut aber mir wollte nicht das herz ich gebe das herz dem bär dieser pilz ist fantastisch aber mir sonst ist doch pizze mit voll tags schneiden wir einfach ein dünnes stück fleisch ab dort von der von der von der von der von der von der keule nennt man das so keine ahnung meint ihr den hinteren fuß ja von dort ich zeig mal auf die stelle ja kein problem ist so dass eine keule habe mir jetzt musst du einfach nur ein dünnes stück fleisch so wie das andere fleisch geschnitten hat dünnen scheiben ja bitte hier und ich würde sind dünne scheiben schneiden dankeschön viel besser ich hab vielen dank bei guter braucht jemand von euch noch eine regeneration oder seid ihr mittlerweile wieder voll ich habe ich brauche ich brauche ich brauche noch ein lebenspunkt dann würfelt mal gerne jala hat 27 das ist zu wenig ja da fehlen noch ein paar ich auch dann regeneration insgesamt minus 1 wenn ihr schlafsäcke und sowas dabei habt plus minus 0 mit gelungener konsti also die albträume bleiben euch hier an dieser stelle wieder weiterhin verwehrt könnt also normal schlafen der regen ist jetzt halt unglaublich störend und ihr solltet beim nächsten mal daran denken euch wieder wie abenteurer zu kleiden und nicht wie hohe herrschaften wachsmantel und klar ist sicherlich alles hält es sich sicherlich eine preis gefällige lektion an vielleicht noch ich bin zu faul ja dann könnt ihr am nächsten tage aufbrechen und trifft nach ja ungefähr lass mich nicht lügen nach 17 meilen trefft ihr auf die reichstraße und seht euch das an eine straße ist auf jeden fall mal flotter gehen schätze ich keine straße dass die reichstraße habe mir gut dann ist es die reichstraße es trotzdem eine straße ja beide recht so gut wunderbar der fluss der hier fließt ist relativ breit möchtet ihr meinen wobei gerade auf der auf dem gegenüberliegenden ufer ist es nicht so sehr die breite sondern auch viel mehr der sumpf er an dieser stelle sich dann bildet und auch von anderen seite könnt ihr sehen wie auf einer kleinen straße zwischen den hügeln viele menschen in richtung süden ziehen auch auf eurer seite werdet ihr dann vereinzelt viele flüchtlinge erkennen die sich jetzt einem tross angeschlossen haben und hier mit ihren sachen fliehen also einige kleine wagenkarren die dann mehr oder winder beladen sind familien kleine kinder große kinder alte alle brechen sie hier auf also es ist viel los diese flüchtlinge die mir noch eine hervorragende tarnung um nach pelikum einzukommen nicht wahr nein nein sagt dass ihr das nicht gesagt habt wir werden uns nicht dass irgendwelche gemeinen flüchtlinge tarnen habe mir vor allem nicht als flüchtlinge mit steidwagen da habe ich natürlich recht dass eine dumme idee etwas offensichtlich hättet ihr meinen respekt wenn ja manchmal vergesse ich dass wir so auflich reisen dank euch richtig weil weil wir alle mit pferd unterwegs ist natürlich viel unauffälliger aber mir das machen ja die meisten flüchtlinge oder wenn ihr in einer horasischen prunkkutsche umherreisen würdet sicher sehr unauffällig sicher wenn er gekonnt hätte wäre er in der prunkkutsche unterwegs mit sicherheit das hätte wenigstens die nicht der punkt aber mir nicht der punkt aber ja eigentlich ist das gar kein schlechter punkt wie kommt ihr in die stadt und dann erkennt ihr euch und wenn ich ein kassieren richtig ja das war es dann mit dem schiff kann man nix machen ich glaube wirklich dass irgendeine zufällige stadtwache die am pericum arrestor steht irgendeinen typen erkennt der vor zwei jahren mal in der stadt gesucht wurde wenn es kommt darauf anstreitwagen die hoch für euer kopfgeld nicht so hoch heißt nicht so hoch 200 goldstücke glaube ich oder 200 goldstücke naja ich viel zu wenig für uns also also ich weiß ja nicht wie das bei euch hier ist aber 200 goldstücke der wird sich vermutlich noch in den nächsten 15 jahren an euch erinnern bei 100 goldstücke das verdient ihr doch nicht mal in seinem gesamten leben und großartig optisch verändert habt ihr euch auch nicht oder und ich habe mich rasiert und außerdem in der tat ist mein auge wieder da aber ich halte es trotzdem für eine dumme idee sie lagern vor der stadt einer von euch geht rein sieht nach ob am tor noch irgendwo die steckbriefe hängen und bericht erstattet bericht es ist doch wohl nicht so schwer aber man ist gerade die tut gerade so als wäre das erste mal dass ihr euch in eine stadt hineinschleichen müsst das ist das erste mal dass ich mir hier in eine stadt hineinschleichen muss ja wie oft macht ihr das eigentlich viel zu oft öfter als ich will und weniger auf dass ich müsste weniger oft als ihr müsstet fragt die nächsten zehn meilen könnt ihr mit vermindertem tempo ja an den anderen flüchtlingen vorbei reiten beziehungsweise dann auch durch navigieren die dann nur bedingt platz machen das wird also länger dauern als normal das wetter ist mittlerweile wieder besser geworden also der regen jetzt hier im frühling hat sich ja es ist immer noch kalt aber es ist nicht so schlimm wie gestern dann könnt ihr sehen wie auf der gegenüberliegenden flussseite der fluss sich etwas verengt zumindest hört der sumpf an einer stelle auf wird von den hügeln verdrängt und ihr könnt sehen wie hier eine eine kleine furt es ist keine richtige furt aber der die straße wächst an den fluss heran und das ist einfach der punkt an dem jetzt ein gewaltiger exodus stattfindet ihr seht ein schauspiel leute lassen sich auf der gegenüberliegenden unter auf eurer seite erschöpft in den ufer schlamm fallen in der mitte des stroms könnt ihr sehen wie eine fähre jetzt gerade in diesem moment kentert völlig überladen viele viele menschen die jetzt hier in den fluss stürzen ihr könnt sehen wie eine hysterische mutter kreischend am ufer steht sich umdreht in richtung des flusses rettung für ihre kinder auflädt ihr könnt sehen wie ein heiseres mädchen am ufer plärte wimmert aber hunderte von menschen die jetzt hier stehen liegen erschöpft in richtung des flusses schauen ihr seht krieger mit verbundenen stirn also wird mit verbundenem kopf durch geblutete verbände schreien und kreischen ihr seht 23 pereine geweihte die hier abseits der straße stehen und versuchen sich um die am boden liegenden verletzten zu kümmern langsam und von schier unmachtlos einfach machtlos könnt ihr dann das heftige weinen von den toten ja hier ist einfach gerade weltuntergang und das wird nicht aufhören ihr seht viele weitere fairen die an dem verschiedenen ufern dann anliegen boote die jetzt hier bedient werden die reichstraße nach pericum ist voll von wagen die jetzt über über die verschiedenen stellen dann hier rüber kommen sollen ihr ziel pericum apatien ist auf der flucht durch das an wir alle haben nur ein einziges ziel und ich glaube wirklich ja bei mir dass wir in der menge noch auffallen nun ja ich fürchte wir fallen immer auch auf ja schaut euch an was mit der fähre passiert ist und ihr wollt auf die blutige see mit einem kleinen boot ich halte es immer noch für eine schlechte idee aber voltags besorgnissen allen ehren wir sind schon auf kleineren dingen über größere meere gefahren das sagt ihr immer wieder als wäre das irgendwie beruhigend verlasst euch auf mich und er schaukeln der chef schon lasst es weniger schaukeln sondern fahrt damit mehr dann wäre ich viel zufriedener bitte wie lasst es weniger schaukeln fahrt damit oder wie nennt man das ihr wisst was ich meine ich fürchte schon lasst uns weiter reiten hier können wir nichts tun ihr kümmert sich um die toten da lasst uns eine brücke suchen was wollt ihr denn mit einer brücke wir müssen nichts über den fluss wir werden den darpott auf der südseite die ganze zeit umqueren wir sind schon auf der richtigen seite sozusagen die die hier hin übersetzen wollen kommen was rum ist wenn wir etwas mehr zeit hätten dann könnten wir hier etwas organisieren aber ich fürchte die zeit haben wir nicht wir können uns nicht um alles kann man aber mir wir haben wichtiges zu tun hätte die keinen wasser djinn oder sowas rufen der den fluss teilt oder eine panik auslösen und an der seite könnt ihr streitgespräche herüber wehen sehen hören also irgendjemand versucht da wohl auch boote zu beschlagnahmen wir können dann irgendwelche wappen sehen also militär was dann versucht sich vorzudrängeln und dann irgendwelche zivilisten die schon seit langer zeit da stehen dann ja aus den boden zu verdrängen also auch drüben auf der anderen seite alle menschen wollen rüber alle menschen fliehen und lange schlangen die sich da gewildert haben und ebenso dann auch auf der gegenüberliegenden also auf eurer seite die dann aufgebrochen sind kaputt hungernd verletzt ja aber sie haben doch hier den zwergen der kann doch so gut mit elementaren ruft ihr ein elementar der macht eine brücke das war eine kurzfristige lösung ich befürchte wenn ich hier ein elementar rufen würde das mit der panik ist nicht unbegründet und aber wenn die dann eine brücke dahin macht dann besaufen die nicht alle im fluss man könnte höchstens die boote aneinander bin längsseits dann bohlen über die flüße über die brote liegen aber ich bin nicht sicher wie lange das hält ich bezweifle dass in der gegenwärtigen atmosphäre ein element überhaupt käme das weiß ich nicht ich wollte normal vorgeschlagen haben sie alle wollen nach süden wir wissen nicht ihr wisst schon was sie nicht wissen naja und sie können auch schlecht da bleiben wo sie herkommen sie könnten kann es ihnen wohl nicht verdenken dass sie fliegen aber sie könnten wir müssen trotzdem weiter reiten und recht kommt der platz da vorne aus dem weg und so geht es heute ja dann würde man überzeugen pro 7 jetzt kommt der platz ist eine öffentliche rede das öffentliche rede das ist wohl wieder zorn in den hochkocht und zu überlegen kurz ob sie zu ihren kleinen dolchen greifen und dich angreifen ich von dem wagen runter zerren und ein fleisch essen und dann merkst du wie sie sogar platz machen einfach weil sie zu kaputt sind zu verzweifelt und sich nicht streiten wollen oder können aber du merkst den hass in ihren gesichtern jalan ihr habt ein gewisses talent auch die fliehenden und die schwachen haben vor den herren von freuers gnaden platz zu machen wir können nicht die ordnung in vergessenheit geraten lassen nur weil die zeiten hart sind da haben wir verschiedene ansichten was eigentlich weiter tun und lassen muss aber unsere aufgabe hier ist es mit harter hand das reich zusammenzuhalten und nicht den und das machen und den armen und den kranken ein wenig trost zu spenden ihr bauern verscheucht irgendwie menschengötter können wir es einfach weiter weiter das gut sein wir haben eine aufgabe schütteln um den kopf und lasst mir ein pferd antraben